Herzlich willkommen bei der Moroder Scheideanstalt in Essen. Bei uns sind Sie goldrichtig bei allen Angelegenheiten rund ums Thema Ankauf, Verkauf und Recycling von Edelmetallen, Diamanten und Zinn. Dabei werden Altgold und Schmuck sowie Edelmetallhaltige Industrieabfälle aufgekauft und durch ein Scheideverfahren aufgearbeitet. Da bei unserem Prozessablauf keine Zwischenhändler geschaltet sind, bieten wir die Waren zu fairen Konditionen an. Profitieren Sie von unserer Seriosität und langjährigen Erfahrung im Bereich des Edelmetallhandels und Verarbeitung. Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!